Herzog Timo hat Graf Markus erst kürzlich zum Regenten ernannt und jetzt könnte man natürlich diskutieren, hat er sich damit einen Gefallen getan? Weiß er denn nicht, dass Markus selbst den Herzogtitel für sich beanspruchen möchte? Und ich denke schon, dass wir das vermuten können, dass er das weiß, aber er sieht auch, dass Graf Markus jetzt aus einer Position der Stärke handelt. Das bedeutet, er hat Innsbruck unter Kontrolle und demnach kontrolliert er den Goldfluss im Herzogtum und ich denke, da bleibt Herzog Timo eigentlich nur noch übrig, zu versuchen, dass er den Grafen irgendwie auf seiner Seite zieht, irgendwie milde stimmt. Und er weiß, dass der Graf ehrgeizig ist und hofft jetzt einfach darauf, dass wenn er ihn mit Ämtern vielleicht überschüttet, dass dieser Ehrgeiz eventuell damit ja abgegolten ist oder zufriedengestellt ist. Aber wir wissen natürlich, das wird ihm hier nicht reichen. Jetzt haben wir natürlich diverse Optionen. Wir könnten natürlich sagen, ach, das mit dem Regententum und dieser neuen Mechanik, der Waagschale, dass wir ihn eventuell stürzen, das dauert uns alles viel zu lang. Wir haben ja einen Anspruch auf das Herzogtum. Wir könnten eventuell direkt einen Krieg starten oder eine Fraktion gründen. Schauen, wer sich da alles noch mit anschließt und dann so schnell wie möglich selbst Herzog werden. Aber die Zeit spielt uns hier eigentlich in die Hände und Grafen Markus ist jetzt ehrgeizig, aber er gilt jetzt nicht als besonders ungeduldig. Von daher sollten wir hier tatsächlich Geduld walten lassen, aber natürlich auch nicht über alle Maßen. Klüger wäre es hier sicherlich für den Herzog gewesen, irgendwie schnell gegen Grafen Markus vorzugehen. Denn die Einnahmen werden jetzt nach und nach sprudeln. Jetzt schauen wir aber erstmal, was wir mit dieser Regentenposition anfangen können. Ich glaube, da hat sich noch so ein Tooltipp aufgetan. So oft hatten wir die Geschichte ja noch nicht, deswegen werfen wir da gleich nochmal einen Blick drauf. Und hier oben haben wir noch die Meldung. Ihr seid nun der Regent eures Lehnsherrn. Öffnet dies, um eine Einführung in Sachen Regentschaft zu erhalten. So, hier können wir natürlich diverse Sachen unternehmen. Und wir werden natürlich auch erst wirklich so richtig Regent, wenn der Lehnsherr irgendwie verreist. Ja, also hier steht es, sich aus irgendwelchen Anlässen halt außerhalb der eigentlichen Reichsgrenzen befindet. Es ist auch möglich, wenn der Lehnsherr eigentlich noch ein Kind ist oder wenn er tatsächlich hier untauglich wird, ja. So, wir schauen mal, was noch dabei steht. Wir müssen jetzt nicht alles durchschauen, aber wir können direkt einen Blick drauf werfen, hier auf diese Waagschalen der Macht. Und je nachdem kann das, ähm, ausschlagen in die ein oder andere Richtung. Und ich glaube, wir können das sogar aktiv angehen, ja. Versteht ihr? Je mehr die Waagschalen euch begünstigen, desto mehr Leihmächte stehen euch zur Verfügung. Und es wird schwerer, die Regentschaft tatsächlich zu beenden. So wie wir das ja immer mitbekommen haben. Wenn wir einen Regenten hatten, wir sind zurückgekommen, ja, und dann wurde das halt ganz regulär übergeben, die Herrschaft. Aber das kann auch sein, dass man das halt nicht tut. Und wir sind jetzt hier der Regent. Und wenn das jetzt sehr doll ausschlägt, müssen wir die Herrschaft eventuell sogar gar nicht abgeben, ja. So, ihr könnt die Waagschalen mit dem die Waagschalen ausschlagen lassen Knopf direkt zu euren Gunsten beeinflussen. Und jetzt ist natürlich die Frage, geht das hier so einfach, wenn wir da einfach, äh, drauf klicken. Und hier zeigt allem im Reich, wer das dann wirklich regiert. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das irgendwie nach hinten losgehen kann. Äh, wir klicken ja trotzdem mal auf weiter. Euer Lebensjahr kann euch ein Mandat erteilen, das euch Möglichkeiten gibt, das Reich zu verbessern. Das machen wir ja bei unseren Regenten auch so. Das sind gewisse Anweisungen. Und so, geht ihr mit diesen Möglichkeiten gut um, schlagen die Waagschalen der Macht zu euren Gunsten aus. Was ja auch interessant ist, man sollte ja eigentlich meinen, dass wenn wir das missachten, dass das eventuell mehr zu uns ausschlägt, so treffen die Auslöser der Regentschaft nicht mehr zu, kann euer Lebensjahr versuchen, sie zu beenden. Falls die Waagschalen der Macht stark zu euren Gunsten ausgeschlagen sind, könnt ihr euch vielleicht gegen die Beendigung wehren. Und sogar ein Krieg um den Haupttitel vom Zaun brechen. Also, sehr interessant. Es sieht aber ganz danach aus, als würde das auch wieder in einem Krieg enden. Also, das wäre dann so kein Umbruch wirklich von innen heraus, dass er dann einfach weggetrieben wurde. Ich hatte gehofft, dass das eventuell sich so auswirkt, dass das eine Möglichkeit wäre, ohne Krieg an die Macht zu kommen. Ja, er hat ja eventuell auch noch einige Unterstützer im Herzogtum. So, und als Regent könnt ihr versuchen, eure Leihmächte bei eurem Lebensjahr oder euren Mitwahrsein einzusetzen. Falls ihr eurem Lebensjahr nicht verärgern wollt, könnt ihr entsprechend auf die bietenden Gelegenheiten reagieren. Und euer Lebensjahr wird euch für eure Loyalität belohnen. Das sind dann sicherlich Ereignisse. Die hatten wir auch noch nicht. Mit denen wir dann umgehen können und wo wir dann wieder Wahlmöglichkeiten haben. Ja, verstehe. Okay. Also, das ist auch nochmal gut, dass wir das so ein bisschen durchgegangen sind. Nächster Punkt. Ich hatte ja in der letzten Folge schon mal angedeutet. Ah, ist unser, oder heißen unsere Grafschaften hier insgesamt dann nicht eventuell Innsbruck? Weil ja unsere, unsere neuer Haupt, nicht Haupttitel, aber unser neuer Hauptsitz ist ja jetzt Innsbruck. Und ein Kommentar war da sehr hilfreich. Hat nämlich gesagt, wenn man hier tatsächlich zwei Grafschaften besitzt, oder genau in dem Fall, so wie das hier ist, dann könnte man sich aussuchen, welcher der Haupttitel ist. Jetzt müsste ich natürlich nochmal nachschauen, wo ich das ganz genau mache. Oder vielleicht stelle ich hier auch einfach nochmal die Frage. Oder wir können hier auch mal direkt reinschauen. Vielleicht können wir das sogar hier direkt machen. Ne, hier jetzt nicht unbedingt, aber hier sehe ich doch Gemeindesitz Burgau. Und jetzt können wir hier vielleicht mal draufklicken, um zur Besitztumsansicht zu wechseln. Und da kommen wir direkt nach Burgau. Okay, also, da hätte ich jetzt nicht gesehen, dass das geht. Vielleicht schauen wir nochmal hier. Mhm. Reichsitz. Ja, sehe ich jetzt nicht. Geht bestimmt bei den Titeln irgendwie. Also, ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob wir das unbedingt machen wollen, ob das jetzt alles Innsbruck heißen soll. Am Ende heißt es ja sowieso wieder, glaube ich, Herzogtum Augsburg, ja. Und darauf haben wir es ja abgesehen. So, jetzt würde ich sagen, können wir auch nochmal hier zu Fraktionen gucken, gegen unseren Lehnsherrn, was es da alles so gibt. Und wir haben ja hier immer noch unser Hausmitglied Graf Dietpold. Und der würde natürlich sicher selbst gern auf dem Thron sehen. Das kann er aber mal richtig vergessen. Und ich bin mir auch nicht so sicher, ob er unserer Fraktion hier beitreten sollte oder ob es Sinn macht, hier selbst eine Fraktion zu gründen. Was gibt es denn hier noch für mächtige Versallen? Wir schauen einfach mal kurz rein in Graf Timo. Und hier sehen wir jetzt Versallen. Da haben wir einmal Graf Meganhardt und uns und Graf Dietpold und nur diese Bürgermeisterin. Also das sind hier alles nicht allzu mächtige Versallen, muss man sagen. Und wir müssen hier auch noch Truppen sammeln. Graf Meganhardt ist noch der Mächtigste. Jetzt gucken wir nochmal, wie sind die Truppen hier von Herzog Timo. Ja, 1196. Wobei natürlich, wenn wir jetzt eine Fraktion kriegen in Gründen und sich da Versallen anschließen, dann brechen hier natürlich noch diverse Aufgebote weg. Ja, das muss man sagen. Wer erbt das Ganze hier eigentlich? Heribert Wilhelmin Pitten. So, er würde eher jetzt hier sterben. Ihm geht es ja glaube ich auch nicht so gut, oder? Ja, Gesundheit ist in Ordnung. Er ist halt nur ein Trunkenbold. Dann würden wir hier eigentlich auch, ähm, ja, an der Macht sein. Ich weiß gar nicht, können wir das jetzt hier einfach mal ausschlagen lassen? Wir können ja mal schauen. Wir nutzen das jetzt einfach. Ähm, und sehen einfach mal, wie das hier funktionieren wird. Bezahlt 75 Gold an Herzog Timo. Das finde ich ein bisschen komisch. Hier kann man verschiedene Hebel benutzen. Auch interessant. Druckmittel könnten wir nutzen. Wir haben kein Druckmittel. Da könnten wir vielleicht, ähm, eins beschaffen. Das müsste mir aber fingieren. Ja, das finde ich immer bei ihm ein bisschen schwierig. Da er halt gerecht ist, ja. Er sieht sich ja hier im Recht. Das Glauben ist überhaupt, äh, Bitten einzugreifen. Warum haben wir eigentlich Minus-Prestige? Das ist natürlich übel. Da können wir hier auch überhaupt niemanden mehr rufen, rufen in einen Konflikt, wenn wir der Aggressor sind, ne? Goldhebel, Frömmigkeitshebel. Okay, also, das können wir hier nicht nutzen. Da haben wir einfach zu wenig. Wir haben hier noch zu wenig Einfluss. So kann man das interpretieren. Okay, und die weitere Nachfolge hier. Ach, Graf Dietpolt. Wer ist bei uns hier eigentlich Regent? Gucken wir nochmal rein. Ähm, unsere Gräfin. Ah, und das war das hier, Graf Dietpolt, ne? Das gilt, galt hier nicht fürs, fürs Herzetum, oder? Hm. Na ja, gut. Aber das wird ja, äh, auch so ähnlich sein. So, jetzt gucken wir nochmal hier oben rein, bevor wir weitermachen. Ja, das müssen wir auch mal in Ordnung bringen. Wir können das ausschlagen lassen. Ja, eben nicht. Das sollten wir aber wahrscheinlich erstmal wegklicken. So. Und wir können Gold vom Lehnsherrn stehlen. Auch davon... Auch davon... Ich denke, das wird allein schon, äh, sich klären mit dem suffraganen Bischof, wenn wir längere Zeit herrschen. Und jetzt werden wir hier erstmal weiter, äh, die Kontrolle erhöhen und demnach auch die Einnahmen. So, Wernherr, gelingen erstmals ein paar Schritte. Ich höre ein Tumult aus dem Gemach meines Nachwuchses, Wernherr. Ich eile hinein und sehe, wie die arme Elisabeth mit Wernherr spielt. Lebensherr, genau zur rechten Zeit. Wernherr hat gerade seinen ersten Schritt gemacht, ruft sie aufgeregt. Sie hält Wernherr an den Händen und versucht, ihn durch das Zimmer zu führen. So, jetzt können wir sagen, ein großer Schritt für ein Kind, ein kleiner Schritt für einen Herrscher. Oh, er wäre hier tatsächlich, weil er so ehrgeizig ist, gar nicht so anerkennend. Was kann er denn noch, würden wir hier fragen. Wernherr hält hier 50 Anspannung und, ähm, steigert hier auch das Kampfgeschick. Und wir verlieren Anspannung. Oder dafür habe ich tatsächlich keine Zeit, weil wir gefühllos sind. Und wir kommen hier einer Rivalität mit ihm näher. Ich weiß nicht. Ich glaube, trotz der gefühllosen Eigenschaft überwiegt hier vielleicht das Ehrgeiz. Er sieht ihn hier als seinen Erben an. Und wir haben hier Großes vor. Und dann soll er natürlich in diese großen Fußstapfen einmal treten. Da sind wir ganz gespannt. Was kann er denn noch? War der arme kleine Mann hier 50 Anspannung direkt? Gibt's doch nicht. Das ist auch gleich, gleich richtig viel, ne? Für so ein Kind. Wenn da nochmal was hinzukommt. Meine Güte. So, hier gibt's ein paar Truppenbewegungen am Rand. Nun, jetzt werden wir hier einfach mal bequem warten. Und einfach sehen, wie die Einnahmen sprudeln. Ich denke, wir sollten unser Heer dann auch bei Zeiten ausbauen. Aber erstmal kommen wir zu diesem Ereignis. Gefahr, Leben oder Tod, sichere Zuflucht. Was denn hier los? Die Luft in den Bergen von Innsbruck ist frisch. Da müssen wir uns wahrscheinlich auch erstmal dran gewöhnen, an diesen neuen Amtssitz. Was denn hier los? Sie zücken ihre Waffen. Die Reisenden werden eindeutig auf meinem Land überfallen. Was denn hier los? Moment. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ist er jetzt der Aggressor oder der Überfallende? Hm. Das würde jeder gute Katholik tun. Graf Angrand wird sich daran erinnern. Ihr erhaltet 28 Anspannungen, weil ihr gefühllos seid. Rutger wird in der Schlacht verletzt. Ludfried, Bürgermeister Ottokar. Und Besitztum von Innsbruck erhält für 10 Jahre geopferte Aufgebote. Dieses Besitzum verteidigte einen Reisenden vor einem Angriff. Okay. Also er ist da durchgereist, ja. Und wir würden ihn hier verteidigen. So habe ich das jetzt verstanden. Weniger Aufgebote. Aufgebot, Verstärkungsrate geht aber rauf. Sichere Straßen. Diese Grafstadt hat außergewöhnlich sichere Straßen. Mehr Steuern. Gefahr geht auch runter. Oder das ist zu gefährlich. Ja, wir sind halt auch gerecht, ja. Aber ich würde auch sagen, schaut mal her. Wir versuchen ja hier die Kontrolle zu erhöhen. Und ja, so Banditentum, das ist das genaue Gegenteil. Also ich glaube, das hat hier weniger mit dem Katholiksein zu tun. Und wir halten ja trotzdem aber Anspannung, weil wir gefühllos sind. Also das ist ein bisschen merkwürdig. Aber ich denke, aufgrund der Gefahrenlage auch, ja. Okay, schauen wir mal. Ritter verletzt. Die Banditen wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Ich führe unsere besten Kriege an die Schlacht vor Innsbruck. Und wir schneiden uns durch die Gegner wie durch Butter. An einem heißen Sommertag. Graf Angrain beobachtet uns genauestens, während wir die Banditen bekämpfen. Und beruhigt sich schließlich ein wenig, als klar wird, dass wir freundliche Absichten haben. Sobald die Angreifer die Flucht geschlagen wurden, kehre ich zu Angrain zurück, der sich in unserer Gegenwart nun wohler zu fühlen scheint. Mein Freund, ich danke euch, dass ihr uns in unserer Not geholfen habt, sagt er mit strahlendem Gesicht. So, die Grafschaft von Nansig. Da können wir vielleicht auch nochmal hinschauen. Was sind das hier? Graf Angrain. 451. Ruckliger, auch selbst ehrgeizig, unersättlich. Werden wir hier irgendwie Freunde vielleicht. Erhöht eure Kriegsführung um eins. Und wir kommen einer Freundschaft mit ihm näher. Okay. Ah, was ich hier auch nochmal schauen wollte. Erstmal schauen wir hier, oder stellen mal runter. Das wurde auch noch in einem Kommentar erwähnt. Wurde ich eigentlich am Anfang der Folge machen. Aber wir haben hier diesen Ratspitzel, der 14er Ränkespielwert hat. Das ist genau der, der jetzt hier verletzt wurde in diesem Schaumützel. Und es war aber so, dass die Frau hier, war sie das? Ne. Eine sehr gute Ratspitzelin wäre. Ja, hier, Jutta. Die Hoftutorin. Hatte ich ganz übersehen. Die ist jetzt sowas von talentiert, dass wir die da direkt reinnehmen könnten. Aber er ist hier halt auch ein mächtiger Vasall von uns, ne. Und sie ist auch gleich so rachsüchtig, zynisch, unersättlich. Ah, so ein richtiger unangenehmer Charakter. Gehen wir trotzdem darauf? Würden wir hier Jutta einsetzen? Immerhin ist sie auch eingeschüchtert von uns. Das heißt, wir würden davon ausgehen, dass sie loyal ist. Ja, müssten wir ihn hier rausschmeißen. Aber er kann jetzt auch nicht so viel gegen uns machen, potenziell. Aber ich denke, wir könnten ihn austauschen, oder? Wir können das ja jetzt hier vielleicht als Anlass nehmen. Einfach, weil er gerade verletzt ist, verwundet ist. Es ruht euch gut aus. Für immer. Und er möchte einen Sitz im Rad. Der mag das hier überhaupt nicht. Wir machen das aber trotzdem. Und haben sie jetzt hier als Ratsspitzel und Hoftutorin. Mein Gott. Schon ein einschüchternder Anblick. Hoffentlich auch für unsere Feinde. Okay, also das nochmal geklärt, ja. Also, ich denke, er hat da schon einen Blick dafür, dass sie da ein Talent hat. Ein außerordentliches Talent. Und da sollten wir das, denke ich, auch nutzen. Wenn das jetzt nur so eine knappe Entscheidung gewesen wäre, so leichter Unterschied, dann hätten wir den Wechsel eventuell nicht vorgenommen. Okay. So, jetzt gucke ich aber trotzdem nochmal ein Rad rein. Wäre der andere denn hier ein besserer Verwalter? Ja, dann können wir doch hier Hardweg rausschmeißen. Der ist sowieso nicht so talentiert. Okay. Ich hoffe, der ist dann jetzt nicht gleich wieder wütend. Dann haben wir hier den besseren... Ja, jetzt haben wir doch den besseren Tausch hier gemacht. Und hier muss man ja durchaus öfter mal aktiv werden. Als Ratsspitzel, als Ratsverwalter, kann er sich jetzt hier am Schreibtisch ausruhen, seine Verwundung, ja, sich einfach erholen und trotzdem seinen Diensten nachgehen. Okay. So, und jetzt sind wir hier schon bei einem von über plus eins. Das ist schön. Und bemerkenswerter Gast ist hier eingetroffen. Adalbea von Egisheim. Das ist aber wirklich hier ein bemerkenswerter hoher Kriegsführungswert. Er sieht auch richtig zornig aus. Er ist auch zornig. Zornig und faul. Gucken wir wieder in den Rad rein. Ich meine, ein fähigerer Mann wäre hier schon sehr gut. Der würde auch schneller die Kontrolle hier hochbringen. Andererseits hat sich Rutger hier auch bewährt. Das ist natürlich die Frage, der ist auch schon ein bisschen älter. 37 hier, 49. Wenn wir den rekrutieren würden. Oh, das wäre 140 Gold. Das ist auch einfach zu viel. Das machen wir dann nicht. Trotzdem natürlich interessant, dass er hier eingetroffen ist. Ja, und jetzt sollten wir überlegen, denke ich, dass wir hier Kriegsvolkregimente auch erschaffen. Wir können auch nochmal schauen, ob wir hier irgendwas weiter ausbauen können. Die Schwarzbergbausiedlung, würde das hier irgendwie gehen? Ein Donjon braucht man und 582 Gold. Das sind ja, das ist viel. Hier könnte man noch andere Gebäude errichten, auch Fürstengebäude, aber sie sind auch sehr teuer. Nächste Stufe hiervon. Bräuchte man auch wieder einen Donjon. Okay. Na gut, also Kriegsvolkregimenter. Und ich denke, was würde gut passen? Leichtes Fußvolk finde ich eigentlich immer ganz passend, weil wir hier auch Gebirge direkt haben. Das würde uns im Defensivfall hier auch helfen. Und dann irgendwie so eine Zusammenstellung, leichtes Fußvolk, Bogenkämpfer, und Nager. Belagerungsgerät braucht man halt auch immer. Das ist halt immer ärgerlich, wenn man das nicht hat, ja. Ein bisschen normales Kriegsvolk wäre halt auch gut. Ich denke, wir starten jetzt einfach mal mit leichtem Kriegsvolk. Da sind wir jetzt erstmal ein bisschen wehrhafter. Wenn das jetzt hier ausgebaut ist, Oh, jetzt lehnt es ja, wurde ja der Krieg erkehrt. König Blasi wird von Herzog Rizzo angegriffen. Das ist doch hier ein Nachkomme von Prinz Arnulf. Gucken wir mal, was der Kriegsgrund ist. Genau, und die müssen wir jetzt auch noch stationieren. Wo kann man die denn hinstellen? Direkt in Innsbruck. Ja, ne? Machen wir mal. Wobei, hier müssen wir dann das Belagerungsgerät, glaube ich, stationieren. Das ist, glaube ich, der Vorteil hier noch. Ja. Dann können wir die eigentlich gleich nach Burgau versetzen hier, oder? Dann kommen wir da nicht durcheinander. Ab nach Burgau. Hier kommt dann das Belagerungsgerät hin. Ja, genau. Also kann ja sein, dass hier irgendwer gegen uns vorgehen möchte. Und da würde uns erstmal Belagerungsgerät nicht so viel helfen. Im Defensivfall. Von daher starten wir einfach mal mit dem Fußvolk. So, jetzt aber der Krieg gegen unseren Lehnzern. Was ist da los? Krieg um den Anspruch von Prinz Heribert auf das Königreich von Bayern. Ist aber hier Herzog Rizzo. Wer ist denn jetzt hier Prinz Heribert? Dann sollten wir vielleicht hier mal schauen. Kommen wir auch so bekannt vor. Ist das nicht der, der mal auch von Herzog Blasi auf den Thron gehievt werden sollte? König Rizzo der Erste war hier der Vater. Und was ist mit Herzog Rizzo dem Zweiten? In welchem Verhältnis steht er jetzt zu ihm hier? Gucken wir mal. So, Prinz Arnulf. Ah, okay. Und Prinz Arnulf war auch ein Sohn. Okay. Also, die wollen das alles hier wieder in Ordnung bringen. Ich denke trotzdem nicht, dass wir uns hier groß einmischen, oder? Ja, seit sehen wir hier ihn nicht wirklich als rechtmäßigen König an. Aber wir dürfen uns ja auch nicht übernehmen. Ja, das ist immer so das Problem. Wir müssen ja erstmal zu Kräften kommen. Und, ähm, so schmerzlich das jetzt eventuell auch ist, wenn Herzog Blasi da die Oberhand behalten sollte. Wir müssen auch immer unsere Möglichkeiten im Auge behalten. Und sie sind nun mal aktuell noch nicht so groß. So, und jetzt sammeln sich hier schon mal die Truppen an. Das ist schon mal nicht schlecht. So, was haben wir denn hier? Ich sehe nicht mal mal einen Grund, weshalb ihr euch hier unbedingt einmischen wollt, Markus. Seufz Graf Dietpolt. Jetzt meldet sich der Vogel denn hier wieder. Es ist ja nicht so, als wären unsere Beschwerden gegen euch gerichtet. Es ist kein Geheimnis, dass der Graf Ambitionen hegt, die dem Willen von Herzog Timo zuwiderlaufen. Ambitionen, die das Reich in einen verheerenden Bürgerkrieg stürzen könnten, wenn sie nicht eingehegt werden. Okay, ich meine, wir haben ja mehr oder minder dieselben Ziele, nur mit jemand anderem auf dem Thron. Als Regent meines Lebens herrn fällt es unter meinem Mandat, einen Versuch zu unternehmen, die Spannung zwischen beiden zu glätten. Bislang jedoch zeigt sich Graf Dietpolt meinen Bemühungen gegenüber unempfänglich. Ich denke, wir würden ihm ja klar machen, dass er sich seine Ambitionen sonst wohin stecken kann. Haben wir nicht beide Herzog Timo einen Eid geschworen? Okay. Er sieht das hier vielleicht nicht ganz so. Also, wir beide. Ich meine, es würde wahrscheinlich reichen, um mir erstmal zu beschwichtigen, oder? Vielleicht könnte ich mich dazu überreden lassen. Mhm. Kriegsführungsherausfung gegen Graf Dietpolt macht Missbrauch. Hier geht ein Handel für ein Bindesversprechen um eine kleine Huldigung ein. Naja. Oder was haben wir noch? Einmischen? Ich bin nur neugierig. Das war ein reiner Höflichkeitsbesuch. Graf Dietpolt gewinnt hier zehn Meinungen. Herzog Timo verliert zehn Meinungen. Nee. Ähm, ich möchte schon, dass wir hier eigentlich sagen würden, ihm, ähm, dass er da sich keine Hoffnung machen muss auf seine Ambitionen. und so rum. So, Herzog Timo von Augsburg verlässt eine Fraktion, die Graf Dietpolt von Alpsey auf den augsburgischen Thron bringen möchte. Hä? Der ist doch überhaupt gar nicht, gar nicht der Mitglied. Wie kann der die Fraktion verlassen gegen sich selbst? Oder ist das jetzt hier merkwürdig formuliert? oder würde er selbst hier diese seine Fraktion verlassen? Kann sich für zehn Jahre keiner anderen Fraktion anschließen, aber das bezieht sich doch hier eigentlich immer auf Herzog Timo. Und aktuell in der Macht für Regentschaft von Herzog Timo sind wie folgt umgeschwungen. Fünf zu euch. Das gilt als Machtmissbrauch und wird 25 Zwietracht beim Mitwahrsein verursachen. Verstehe ich null, warum das hier so ist. Schließlich sprechen wir uns hier mehr oder minder für ihn aus. Hm. Naja. Nehmen wir jetzt mal so zur Kenntnis. Gräfin inspiriert Rekrutierung. Grafschaft von Innsbruck hat konzentrierte Anwerbungen erhalten. Uh, sehr schön. Vielen Dank. Und Patzer führt zu Anspruch. Ihr habt einen fallen gelassenen Anspruch auf die Grafschaft von Berchtesgaden erhalten. Regina hat offiziell einen Anspruch auf die Grafschaft von Berchtesgaden anerkannt. Na, dann schauen wir uns diese doch hier nochmal an. Ist die denn interessant? Oh, hier direkt neben Innsbruck. Okay. Und wird regiert von Gräfin Valrada von Berchtesgaden. 396 Mann. Verbündet mit Baron Siegfried von Steyr. Also nicht allzu mächtig. Gucken wir mal. Ist das hier auch direkt so ein Herzogtum, was zusammengehört? Ne. Herzogtum Salzburg wäre das. Also die Ruhe mäßig würde es gar nicht dazugehören zu Tirol. Da könnte man natürlich dann auch noch überlegen, ja. Wir beherrschen hier Innsbruck. Ist eigentlich Teil von Tirol. Steht uns dann hier das auch noch zu. Brixen und Linz. Müssen wir dann mal sehen. Wer ist das hier überhaupt? Das ist der Ratskanzler von dieser Gräfin Valrada. Aber das müssen wir uns hier mal merken. Das ist durchaus interessant. Jetzt gucken wir aber nochmal hier zu dieser Waagschale. Ja, und das ist jetzt hier ausgeschlagen. Effekte. Diese Regentschaft kann jederzeit beendet werden sobald, sofern der Lehnsherr voll regierungsfähig ist. Die Archen können versuchen, Gold von ihrem Lehnsherrn zu stehlen beziehungsweise zu veruntreuen. Okay, und was wäre denn hier? Die Archen können im Reich ihres Lebensjahren bei Mitwahr sein und Höflingen eine Einklagerung versuchen. Also das wäre dann auch möglich und so weiter. Und hier die höchste Stufe können eine Verwurzelung ihrer Regentschaft bewirken, womit sie schwerer ihres Postens enthoben werden können und mehr Leihmichte enthalten. Ja, okay, alles klar. Aber ich denke, wir können ja im Zweifelsfall hier sowieso eine Fraktion erschaffen gegen den Herzog. Ich glaube, wir könnten ihm sogar hier direkt den Krieg erklären, Unabhängigkeitskrieg oder hier um das gesamte Herzogtum. Da bräuchten wir aber sowieso hier wieder Prestige. Dazu müssen wir dann halt auch erstmal noch wieder kommen. Von daher, wir sollten jetzt einfach Geduld zeigen, wie eingangs erwähnt. Und dann haben wir bestimmt bald genügend Prestige zusammen, genügend Gold, ein großes genuges Heer. Und dann würden wir das, denke ich, ganz normal über so eine Fraktion erledigen. Dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.